Musik Bereits auf der Euroshop 2011 schuf Raumhoch mit und für Holtmann Messe und Event einen mehrfach preisgegründeten Messestand. Der über ein optisches Spiel mit spiegelnden Flächen ein erweitertes Raumerlebnis schuf. 2014 macht man sich abermals ein optisches Phänomen zu eigen. Der Messestand wird als begehbare Anamorphose einer einfachen Raumskizze in Szene gesetzt und medial mit Projektbeispielen von Holtmann bespielt. Dazu wird die Skizze fragmentiert und unter Berücksichtigung der perspektivischen Verzerrungen auf die Wandflächen des Baukörpers aufgebracht, um beim Blick durch ein Guckloch wieder als ein zusammenhängendes Motiv wahrgenommen zu werden. Umfangreiche geometrische Studien, Tests und Probeaufbauten sind notwendig, um auf der Euroshop abermals ungewöhnliche Räume, Perspektiven und Einblicke in die Welt von Holtmann zu schaffen. Die mediale Bespielung der skizzierten Bilderrahmen mit unterschiedlichen Bildformaten und anamorphotischen Verzerrungen gelingt mit der von Raum hoch entwickelten Präsentationssoftware Cloudfolio. Über fünf Tage werden die Besucher angelockt, einen faszinierenden Blick durch das Guckloch zu werfen, um anschließend im Inneren des Messestands hinter das Geheimnis der Anamorphose zu blicken. Hier lässt die Faltung der Wände mit ihrer verzerrten Skizze seltsam anmutende Räume und Sichtachsen entstehen, die den Besucher gleichsam staunen und rätseln lassen. Die beiden Zugänge des Messestandes kommunizieren dabei je einen Aspekt des Markenclaims. We understand and we do. Über Porträts und Fotos der Mitarbeiter präsentiert sich Holtmann authentisch, individuell und sympathisch. Abbildungen realisierter Projekte im zweiten Zugang unterstreichen Professionalität und Zuverlässigkeit von der Planung bis zur Umsetzung. Die Raumgestaltung mit überraschendem Material und Stilmix schafft unterschiedliche Zugangs- und Begegnungssituationen, in denen Holtmann-Mitarbeiter mit ihren Kunden in Dialog treten. Das ungewöhnliche Raumkonzept lässt so manchen Besucher nach dem Verlassen des Messestands erneut einen Blick durch das Guckloch werfen, um sich mit einem Gucki durch die Projekte der Firma Holtmann zu klicken. Derselbe Gucki lag bereits in der Vorfeldkommunikation den Messeeinladungen bei und konnte vor Ort als Erinnerung an diesen ungewöhnlichen Messestand mit nach Hause genommen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017